Musik Der Audiomat Aria gehört zu meinen absoluten Lieblingsverstärkern. Die Gebrüder Clarisse fertigen seit 1986 in Manufakturarbeit diese wundervollen Röhrenverstärker. Der Aria ist das zweitkleinste Modell im Programm des französischen Herstellers und zeichnet sich durch exzellente Verarbeitung aus, wird komplett in Hand dort bei den Gebrüdern Clarisse gefertigt, keine China-Produktion, selbst die Transformatoren werden von Hand in Frankreich gewickelt. Der Audiomat Aria verfügt über 4 EL34 Röhren, mit der er 2x30 Watt leistet und bis 23 Watt im Klass-A-Modus arbeitet. Durch die Sichtblende hier vorne kann man ebenso noch die Röhren erkennen und ansonsten ist das Gerät komplett geschlossen und die Geräte, insbesondere der Aria hier, klingt einfach traumhaft. Das Gerät ist so musikalisch und frei und luftig, selbst Verstärker in deutlich höheren Preisklassen, haben klanglich eigentlich gegen dieses Gerät kaum eine Chance. Wenn der Lautsprecher über einen gewissen Wirkungsgrad verfügt und einen gutmütigen Impedanzverlauf, gehört der Aria preisunabhängig für mich zu den absolut bestklingenden Verstärkern am Weltmarkt. Und wenn Sie Interesse an diesem Gerät haben, das mal zu hören, dann lade ich Sie ein, zu einem Hörtermin in unserem Studio, sich den Audiomat Aria mal anzuhören. Sie werden es sicher nicht bereuen.